Und jetzt macht Kohlbeck natürlich noch mal eine taktische Einwechslung. Da kommt der 41-Jährige, die Legende Peter Heyer. Und man glaubt es nicht und ich habe es erwähnt, ich habe es gespürt. Ein Distanzschuss, der Freistoß landet unhaltbar im rechten Eck. Keine Abwehrmöglichkeit für Fabian Dellermann im Tor, der Bamberger. Ja, so ist Fußball.